Es wäre schön, wenn sie noch ein Plätzchen nach vorne käme. Sie hören, das Kuppenbum hat jetzt schon mal richtig Luft geholt und richtig motiviert. Und zwar Theodora Pallidou aus Griechenland. Und sie ist für eine Überraschung gut. Zum Beispiel bei den Europameisterschaften überlegte sie den 8. Rheinland. Nun ist sie 10. nach zwei Geräten. Das heißt, sie braucht auch die Unterstützung der Zuschauer. Weil wie gesagt, liebe Zuschauer, nur 10 erreichen das Finale. Jetzt also Konzentration für Theodora Pallidou. Nicht das Gerät vergehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017